ja der rechst ist die 6 haben die mit dem ich spielen will Oh! Er hat mich sogar eingeladen! Moin! Hallo! Hi! Hallo! Hallo! Ja, hätte ich über meinen anderen Akkord gemacht, hätten vielleicht sogar ein paar Freunde von mir zugeguckt. Und ich hätte noch einen Mann, äh, ein Sloppie-Mann. Das ist Sloppie-Frau. Das ist Sloppie-Frau. Du bist böse. Ey, geh mal auf den Adler-Emote. Ich hab den heute aus, ich hab so, heute hab ich dieses PS4-Spider-Man-Spiel gespielt, dass man halt nur auf PC oder Playstation zocken kann. Und, ähm... Ne, ich war halt auf dem New York-Zug da oben. Und ich hab da halt geglitscht und es sah aus, als hätte ich diesen Emote gemacht. Also... Es sah so aus. Ich hab 50 V-Bucks mehr. Ich hab 50 V-Bucks mehr. Ich hab 50 V-Bucks. Ich hab 20. eckert meiste weiß ob das weiß und wurde gesagt dass ich mal wieder so geht Prozent der Verkulasse die also halb Gold ist meistens so lange hinzu viel was auch immer gut ich mache ich muss kurz sein das ist die Stoffe der Hände sie sich vollständig Prozent und über die Leidenschaft ich ja die in der Tat zu sehen der Händler einfach nur schlechter machen ich weiß gar nicht wie das geht warte äh oder woraus hörst du mich jetzt gerade? ich hör dich gerade durch ein Headset ok warte dann äh drück mal die PS-Strasse und geh zu den Einstellungen ok ok dann geh ähm auf Geräte Geräte du weißt es ja ja und dann geh auf Audio-Geräte besser 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 warte warte ja jetzt hör ich mich nicht mehr oh doch ich hör mich wieder ne so warte so ich hör mich halt immer und das ist voll komisch aber tschüss so so jetzt nein das ist dein das ist dein Mikrofon ok ok also das ist die Lautstärke von dir äh die kannst du ruhig so ein bisschen lauter machen aber ich meine äh leuchtere Regelung Kopfhörer steht da so ist es gut naja dann mach du mit dich mal lauter so 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 jetzt jetzt ja so und dann mach ähm so es geht da raus und drück auf Laussteckeregnung Kopfhörer so und mach die halt leise dass ich mich nicht doppelt hören so es ist gut so warte ich muss kurz was sagen warte jetzt warte ja ok das ist ok ok ich hab ich zwar ein bisschen aber ist jetzt egal ey wie findest du mal wieder sieht denn gut aus ich habe ja das ist eigentlich voll cool so das Problem ist und ich habe einen Muskelkörper kurz die schnellen Backpack und den Ding und ich habe alles gar nicht im Mix oh ich hab voll den geilen Mix warte ich kann mich mal kurz 360 umdrehen für dich warte warte ich bin fast 360 umdrehen für dich 360 Nose hofft oAAAAA warte fack was war das denn Booker AAAAAA k الذvj ist ja auch einen geilen Mix guck warte sieht man da ruckwts eigentlich ja der fantastische Bebinde dann niedergliedsick ok ja super super ich hab mal schön Gold Skateboard und Gold Midas To Warte ich hab sogar mehr To Warte ich hab noch einen geilen Mix den hier warte Jetzt guck Warte Hast du gesehen? Ah ja Ah ja Ich hab auch einen geilen Mix warte Joa Ich glaub ich hab den jetzt so Das würde eigentlich ein Tark Reaper sein Guck mal ich hab noch einen geilen Mix Mit dem hier warte Eigentlich würde ich jetzt halt auf Stream über den anderen Account Da halt ich viel mehr Skizzenfüller Kombinationen aber Weißt du warum ich äh Also ich hab den letzten noch nicht gestorben Weißt du nicht als der Reaper So gemacht habe So gemacht habe Es ist so neben Erstensweil Flügel kommen Diesen cool Also schwarze Flügel mit und weiß am Ende für den Tag Und dann hab ich den Skin hier noch bei Am Tag Weil du Weil der Der Reaper Also der Seelentyp der ist immer nachts dort Und am Tag dann würde der halt verbrennen Deswegen hab ich das so genommen Okay Macht Sinn Nein Eigentlich schon Hast du grad einen NoSkin ausgewählt Junge Ja Du Na ich hab losgekommen wie alter ich dir aus die Schwitzer so Also Hast du die Ecke Warte Äh Ich hab noch eine gute Idee Warte Warte Ähm Wo ist das Äh wo ist das Wo ist das Hey Junge wo ist das Warte wo ist die Picke Ich will die andere Picke nehmen Ah hier Da mit dem Skimm Wo will ich aus die Schwitzer Sieh also was denkst du Ich hab das Next Level Banane Okay warte soll ich äh den Stream starten Ich hab einen schon gestartet Okay Oh mein Deutsch Grammar Ist äh Bruder das Gesicht von der Banane Mach das nochmal Hä Warte warte Mach das nochmal mit dem Banane Skin Oh mein Gott Ey was denkst du so Wegen den Augen rot und Warte ich starte kurz streamen Mal nachgucke ich Ich muss kurz mal kacken Ich verspaß Was 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 Oh nein Oh nein Ich weiß ganz mal wie man die Gold äh Goldbananen Ich weiß ganz mal wie man die Gold auswählen kann Weil ich stell dir mal mir aus so halb Gold Oh Ich hab den fast voll Gold Ich weiß ganz nicht wie man die bekommt den Gold also ich hab keine Ahnung Du musst einfach nur leveln Junge wie was meinst du musst nur leveln Du musst einfach höheres Level werden Ab mein Level zum Beispiel hast du fast voll Gold diese Katze Midas und Brutus hab ich jetzt voll Gold Ich bin so ein Level wie du Junge Chill was nein ich bin fast Level 200 Bei mir sagts auch Level 196 Ah ja Okay warte kurz Warte ich lag mich schon nicht gerade Warte warte ich muss kurz zum Gameboard gehen Geh mal kurz auf Duos oder sowas Dann könnt ich mal Level sehen Oder Party Hallo Hallo Leute Wir kommen zu einem neuen Stream Und ähm Ihr habt in der Beschreibung nicht gesehen wer es ist Deswegen sage ich das euch auch noch nicht Das seht ihr dann irgendwann mal wenn ich das euch sage halt Ja Ich bin heute da Hi Das ist ähm Das ist so ein Typ den ich kenn ich überhaupt nicht Okay ich sag euch im Laufe des Spiels wer muss so sein könnte Sag einfach irgendwann random Sag einfach irgendwann mein Name Dann müsste ich nicht mehr zu sein Ihr müsst dabei bleiben dass ihr wisst wer das ist So jetzt habt ihr Zwang dazu hier zu bleiben Mmmm Lass es Lys abo weiter n critically Für meinen guten cada Ei was ich hier was angbekommen Ich geh grad was weggegeben Ich hab grad was weggegeben Ich hab ich grad was weggegeben Was? Ich hab grad was weggegeben gut, Junge, wer ist da, Junge? Hallo Sky440, willkommen im Stream, wir sind im Stream mit jemandem, das werdet ihr erst später erfahren, wenn wir länger im Stream sind. Aber voll korrekt, dass wir so aktiv sind. Bin ich laut? Keine Ahnung. Schalt mal in die Kommentare, ob der da laut ist. Nicht nur, weil ich rumschrei, ich meine, auch so mein Mikrofon, wenn ich normal rede, bin ich laut? Quizfrage der Woche. Quizfrage der Woche. Quizfrage der Woche. Oh nein. Guck mal, Jay. Du steckst. Warte. Hier. 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 Hier ist dieienieame von Tagada wen, wie das andere curse. Hier. Hier. Das ist auch Aurelia, gell? Meine Schwester? Ja. Ich höre mich so an wie die! Oh mein Gott! Eine Waffe! Eine Waffe! Hallo? Geh raus! Ich muss rausgehen! Ich muss rausgehen! Das ist mir leid, ich habe noch nichts getan! Hä? No? Ich kann nicht spawnen! Geh raus! Oh! Revolver! Ich hole dich jetzt mit Revolver! Nein! Come on! Revolver! Geh! Ja! Ich behalte ihn jetzt! Ich behalte ihn jetzt! Meine neue Shotgun, Junge! Junge, Junge! Was ist das denn? Junge, Junge, Junge! Was ist das denn? Junge, Junge, Junge! Ich habe dich mit Revolver getötet, Junge! Hey, ich bin nicht eigentlich, Junge! Ich denke, du ich spielst… Nö! Ja, genau! Weißt du, findet ihr die Spitzakt? Das ist so geil! Ich bin die Bühne geil! Ich kann nicht hören! Ahhhh! Ey, 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 ey! Weiß, was ist! Ey, guck mal! Ich hab die dümmsten Waffe kommen! Willst du nicht mal hören? Ja! Warte! 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 Sag mal! Das ist so, Sam, ich hab keine Sch Rainwärter Skala, aber weil ich wollte es nicht so gesehen! Und der weiß, was ich jetzt spiel? was sind auf mich gespuckt es passiert aber auch zu mir ein Livestream ich hab gerade aus den Sein auf mich gespuckt okay kein Kommentar okay lass nur die One machen ich hab die schlechteste Ausrüstung ever willst du wissen was ich hab? willst du wissen was ich hab? bitte sag nicht so dümmer wie meine ich hab äh blaue Pomp äh Steilschusspistole Jadgewehr und dieses Sniper hier das ist die schlechteste Kombi ever ich komm zu dir an mit meinem Revolver wieder da okay hier mit meinem Revolver nein ich schwör ich hab keine Puppe an Jürgen du kannst mich easy easy holen weißt was ich jetzt machen werde? du kennst mich jetzt nein doch doch oh ich hab das auch wenn ich mich einfach selber zugebaut habe ich Idiot oh okay ich hab nur ich hab ich ich weiß nicht wie man höher kommt wie man äh also HÄH HÄH ja genau Junge ich hab voll die Fresse geschossen und das war kein Ding okay ich hol mir jetzt ne Tech ich brauch's Scheiße äh ja ich brauch keine Skals ja ich glaub so bin ich gut ich hab oh mein Gott ich hab meine Einstellung verändert ich hab meine Einstellung verändert ich hab mir diese Sniper hier mehr Hinsschutz gehintert habe als mit den anderen den Sniper aus meiner ganzen Fortnite Karriere Junge rumhier runter komm her mit deinem komm her mit deinem komm her mit deinem komm runter Mami Ghosthead mal kurz ich habe nur ein handy account gemacht weil ich derzeit noch nicht auf ja na klar du kannst natürlich mit spieler fändiger kann mitspielen oh mein gott wieso ich schreibe einfach ein epic mann rein du bist du nicht ist es doch mal raus wenn du das ist doch mal was doch einmal glaub ich dieser moment wenn ich hochkomme der sagt nur oh mein gott leute ich lese gleich die kommentare verfehlt schon wieder jungen schaffst gar nicht 3 ach ja jungen er wollte ihn wieder ab, wieso? weil ich es kann ja du bist so wie ich ich lese kurz die kommentare ich darf nicht im studio hey ja ist ok ist ja also es war ja sonst komisch was ist wenn jemand keine headset hat und einfach nicht reden und dann einfach nicht mitmachen darf er nicht reden kann ok hey das ging grad einfach weg wieso bin ich so lost und wieso ist der ping so hoch wer kommt mal ein führer ja äh tief ja 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 ich mich mit dem den tag sjcse pf oh nein ok Ok ś weg Das gerade in die luft geschossen jungen wir siehst in die luft K1 ich kann abgibt ich ich bin so schlecht ich bin nicht aufgewärmt ich doch auch nicht viele Kälte hast du einen ich hab auch einen warte feiten kannst du ihm so lange über oh oh scheiße oh shit ich bin so zockt ich schock jetzt einfach nur lade alles nach dann tu ich mal die Kommentare nicht also ich rede dann dort schaue dann lass mich immer fernseh weiter also willst du nicht mehr zocken wie viele Glubsch-Augen-Leute hast du bei dir? äh jetzt gerade zwei aber nur einer von denen schreibt weil die Auge machen kann also es machen zwei Leute Auge Glubsch Eier Gupi Fische ich bin ein Gupi Fisch Gucchi 良 Ich bin ein Getsch ieses Ja ich bin schon lekt he natürlich Auge haug Das macht aber Sinn Oh Gott, er kann mich aber nur noch mit einem Schuss Guck, jetzt wollte ich dich bestimmen Buckfish Buckfish Oh, wo bist du? Guck mal, Marsch Buckfish Oh, nein! Entbaut genau das, wenn ich schieße Wenn ich scheiße Nein! Juga, wie kannst du denn anstecken, wenn du das machst? Spaß Kittyboy, ich glaub, Kittybotti Kiki-Botty okay auch so gut Prozent ich denke ich habe was aber ich habe das gesagt als noch Prozent und die Welt in der Zeit gesagt habe er hat mich so lebt meine Freundes ist so hart hart weil die Karte Kieger was bei Kassel meiner Freundschaft die die Garten die so ein er die Mutter ist so hässlich der Titel Kacke aus der Toilette rausgeschreckt. Eier. Okay, wir haben hier Zuschauer. Wir kommen ins Stream. Ey, dieser Typ hier, den ihr gehört. Keiner weiß, wer der ist. Keiner wird das wissen. Außer ihr bleibt hier im Stream, dann bist das irgendwann. Kitty-Botty. Ach so, ich dachte, du hast das gesagt vorhin aus Spaß. No, das ist einer von deiner Freunde, Junge. Das ist einer aus dem Stream. Das ist einer von deiner Freunde. Sag mir das doch. Komm runter. Nein. Komm runter. Was? Die haben die Wrench von der Ska weggemacht. Äh. Du hast gesagt, du darfst nicht im Stream reden, dein, ähm. Das Mikrofon war gerade an. Jawohl. Was haben die vergrößert? Nein, die haben die, die haben die, die haben die, äh, die haben die, die haben die Range von der Ska, äh, so gekürzert. Herr Bruder. Ach soo, wenn du abgebaut hast, ich hab mich grad übel gewundert, was los. Ah, typisch mich. Typisch mich. Ich. Ach nee. Ach nee. Junge, das war mal eingebaute sowieso. Also ja. Hä? Oh, da ist der. Ich bin nur ein Bruder. Ich bin nur ein Bruder. Ich bin nur ein Bruder. Als ob der nicht gehittet, hittet hat. Ich hab grad gesagt, wer ich bin. Aber ich hab's komisch gesagt, als dass du mich nicht verstehen kannst. Soll ich's nochmal machen? Nein. Ich bin nur ein Bruder auf. Ich hab's gerade gekürzt. Ich hab's gerade gekürzt. Ich hab's keiner. Oh shit. Ich hab's keiner. Du musst meine Sprache lehren. Du musst, du musst hab ich gelernt. Ohhhh. Oh mein Gott. Ohhhh. 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 Oh一 Okay. Yes sir. Was? 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 Äh, ja, mach ich gleich. Bitch, ich hab verarscht, Junge! Wow! Wow! Ja! Denk's drauf dran. Oh, Moron! Hast du grad gehörig gesagt? Moron! Okay, warte mal kurz. Bin ich wirklich laut? Hä, dieser Kitty-Boy ist gar nicht mehr trinkenlaut. Doch, hier. Er ist offline. Ah, ja. Ah, ja. Ich hab ihn gestimmt. Ey, weißt du, was passiert ist einmal? Ne. Ähm, ich hab so, ich hab Minas so ein bisschen aufgelevelt mit Gold-Ding. Und dann war da einfach nur so ein Fleck auf einer seiner Arschbacke. Und er war noch braun. Er war ein Fleck auf seiner Arschbacke. Noch nicht Gold. Ich hab da einfach nur hochgelevelt. Und als die ganze Hälfte schon fertig war, außer das Bein, da war halt noch so ein Arschbrecken-Spot, genau da wo es noch nicht Gold war. Aber ich hab da noch mehr aufgelevelt. Wo bist du, oder? Es leckt übel. Ja, weil es leckt. Ich hab da nicht. Ich komme. Spaß, ich hab mich mal runter. Ich hab da nicht. 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 Ah, nein. No Scope. Schreibe wie der. Aber nein. Falsch geraten, wenn du Adolf Hitler gesagt hast. Ähm. Okay, Leute. Jetzt ohne Witz mal. Alle, die im Stream sind ratet, wer er ist. Ich hab's dir schon 50 Millionen Mal gesagt. Ich hab dich komplett schon stumm gesche... Ähm, gestumm gesche... Oh! Umgeschaltet. Hier, guck. Lautschalten steht hier. Ich hab dich stumm gescheu... Ich hab dich stumm gescheu... Ich hab dich stumm gescheu... Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr bauen. Oh, ey. Was auch nicht? Du bist nicht. Dein Freund. Nein, ähm. Also... Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll. Also zählst du als mein Freund? Natürlich. Also ich wollte es gerade sagen, aber... Warte, ich schreibe immer kurz irgendeine Ding auf WhatsApp. Deshalb, ich sag's dir halt mal. Ich schreib's dir halt. Ich will es jetzt noch nicht sagen. Weil... Ich will es nicht mehr geben. Ja, genau! Ich hab besser aim auf WL. Schreib mir irgendeine... Ja... Auf WhatsApp. Digga. Typ da. Kannst du, ähm... Mal kurz bei, ähm... Deinen Freunden gehen... Und diesen Kitty-Bots stumm schalten. Ich? Ja. Weil, kann sein, dass man ihn durch dein Headset vielleicht hört. Ah, wenn die gebetet. Okay. Hast du? Mhm. Okay, du bist jetzt schon gescheitzt von uns beiden. Ich hab meine, ähm... 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 Weil... Ja, ja... Warte... Scheiß... Ja, aber ich... Ich will's auch nicht sagen. Warum, aber... Ich bin ein E-Bot. Okay. Ich hab's noch nicht bekommen. Ah, jetzt! Scheißhaufen! Genau! Ey, warte ich werd ich jetzt aber kurz. Ähm... Hä? Warte, jetzt. Damit ich jetzt... Knöp Así-Erm построb Erm... Ich hab dir einfach so'n Spruch gegeben. Deswegen können wir uns auch quasi auf Freunde nennen. Äh, äh, als Freunde. Die auch machen so. Aber da ist da, da ist der Grund. Ja? Soll ich es jetzt sagen, oder wie? Nee, nein, sag's doch nicht. Probiert noch weiter zu... Ja, ich geb' euch noch einen Tipp. Ich bin sehr nahe zu Joel. Er ist schon fast neben mir. Nein, nicht so, aber... So nah ist er. So nah ist er. Also ich, ich mein' nicht, dass ich nahe dran lebe. Ich mein', dass ich sehr nahe zu ihm bin. Also er ist schon fast neben mir. Okay, vergesst jetzt einfach nicht. Nein, ich mein' nicht so. Ja, nein. Warte mal, ich lebe total woanders wie du. Ich lebe sogar auf der anderen Seite von der Erde. Das ist auch noch ein Tipp. Äh... Ich bin die Erde. Ja, warum? Ich bin die Erde. Ich bin die Erde. Ich bin die Erde. Du hast die Idee, du hast einen Jubilä? Was machst du? Ja, ich tue grad mit meinen Hunden reden. Du weißt nicht, ich hab 4 Hunde. Wow, Hundesprache, 4 Hunde. Wie heißt das grad dein Ernst? Ey, warte, siehst du auch grad... Ey, guck mal, Joel. Du weißt nicht, ich hatte Duster gerade gesehen, als ich Hunde gebaut habe. Willst du mal was cooles sehen? Aha. Frisch den Tower! Eier. Digga, ich habe schon aus Reflex einfach über mir schnell zugeboot. Dummheit! Nein! Nein, ich warte! Ich dachte, du schießt meinen ab! Ich hab auch dein Dumm abgeschossen, Junge. Hä? Weißt du, wo ich bin? Nö. Jetzt weiß ich. Oh mein Gott, wie lucky! Er schießt sich einfach an. Nein, du versteht mal, dass ich gesagt habe. Oha, der war kloppt! Scheiß, ist einfach an! Oha, der war废te aus! Ni, ich weiß nicht! Und wenn du nicht gemerkt hast, kannst du wirklich... Aua! Du hast es eingeschossen, Jörg ist blöd, ey! Was ist das? Ich blöde zu Gold, jetzt ist ein Reger! Look, legt mein Arm! Ich mache es einfach den hier! Ich bin so lustig! Hä? Was war ich schon gesagt? Ich hab dir noch 100 Euro gesagt, ey Junge! Kann ich mitmachen? Ja, du kannst mitmachen! Schreib einfach dein Apple in die Kommentare! Schreib einfach dein Apple in die Kommentare! Ups! Was hast du gesagt? Was sogar was ich gesagt habe? Nö! Wenn er mitmachen soll, muss er auch noch mit anderen schlutschen! Das war sehr ekelhaft, gell? Ja, es war der Spaß! Es geht ja noch nicht mal! Ja, der könnte mitmachen, jederzeit ist mir scheißegal! Es wird Pups egal, wer, wo, wie, was! E-Elf-Teiler, warte mal kurz, ich ende kurz ein! E-Elf-Teiler, warte mal! E-Elf-Teiler, warte mal! D-Elf-Teiler, warte mal kurz, ich will! Hy-Elf-Teiler! Hä, aber so hab ich doch geschrieben! Ups! Bruder, was habe ich falsch gemacht? Egal, jetzt geht's ja. Och, nee. Punkt. Hä, mit Punkt? Als ob du deinen Namen mit Punkt geschrieben hast. Warte. Mit Punkt. Ich mache auch gerade einen Livestream, der hat den dümmsten Namen auf der Erde. Also echt jetzt. Was? Mein Livestream-Name hat den dümmsten Namen auf der Erde. Okay, jetzt habe ich dich geendet. Voll komisch, so ein Lame mit einem Punkt am Ende. Ist voll verwirrend, wenn man den mir jemand schreibt. Ich dachte, das ist so ein Typ, der auf Rechtschreibung achtet. Oh, da wird gefeilt. Stimmt. Da ist ja, ähm, Kitty-Botty-Vigilie-Boomster drin. Äh. Warte, der ist in unserer Map? Ja, du gefällst gerade mit mir? Latein. Warte, ist meine, meine Gruppe, bist du öffentlich? Egal. Ich lasse dich einfach ein. Äh, epic. Ich lasse dich zurück, die noch. Ein Tour haben den du gebaut hast, guck mal. Hä? Ähm. Really? Eatworth, Tyler. Punkt. Ah! Soll ich den auch stumm oder gar nicht? Äh, keine Ahnung. Ich hab heute keinen Zuschauer, weil ich auf meinem anderen Video-Tabak geholt kanne. Live-Streamin! Hättest du denn auf dem anderen Zuschauer? Äh, ich hab da 15 Abonnenten oder so. Ich hab nur meine Karte. Welche Waffen? Äh. Nimm welche auch immer. Egal, halt nicht so übertrieben. Ich höre jemanden laufen. Also, ich hör's nicht, ich seh's. Diese Einstellung, die du mir gezeigt hast, ist eigentlich von lustig. Und was? Ich spiel' anders, du mal, Dom! Oh, der arme Kitty-Bot, Junge, was machst du mit dem? Ich hab' den unterbrochen. Der ist auch eh. Ich mag doch nur Katzen, dann tut das eh. Ah, ha. Wenn du'n Hund hast. Also, ich hatte auch schon zwei Katzen. Ich auch. Ich könnte mich trainieren, weil ich bin nicht gut. Bist du wirklich nicht gut? Bist du wirklich nicht gut? Bist du wirklich nicht gut? Oh, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich dachte schon, jetzt kommt so ein kompletter Try hat in die Lobby. Also, ich bin nicht gut. Also, ich finde mich gut, du bist nicht gut. Oh, ey, 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 ey. er hat gerade zugegeben, dass er halt nicht gut ist, juhu, ey, 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 ey. Prozent das ist ein bisschen Prozent schießt sich jetzt an St Prozent also seit welchem Spielsburg seit 7 3 anfangen aber nicht sehr aktiv ich hab 7 3 hat mich mehr als der Passkolleg 100 dann habe ich erst mal wieder ich habe Pause gemacht, weil Fortnite mir keinen Spaß gemacht hat. Okay, was kannst du so bauen? Kannst du 90s? Okay, komm mal runter. Ist bestimmt auch komisch, wenn man von Season 3 von dieser anderen Bausteuerung jetzt in die geht. Kannst du, also das hier, das kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Also ich spiele aber gerade, ich schwitze gerade nicht, ich spiele aber gerade ganz normal. Okay. Weil wenn ich schwitze, fühle ich mich zwar auch nicht gut, aber ich bin besser als... so hart. Komm mal runter. Ah, guck mal, ich kann ein Mini werfen. Ist mein Mini! Also... ...muss man halt für sich selber so wissen. Das ist ein bisschen einfacher, weil du einfach nur eine Tasse mehr drücken musst und Glück hat die Bausteine Treppe für 100%. Und wenn du halt das verbaust in deiner Treppe, du fällst halt nicht runter. Und stoppe. Ich hasse es, ähm, mit Boden zu bauen. Ich kann einfach keine Welt ist mit Boden. Ich kann beides, äh, ja. Aber ich glaube, ich bin besser mit Boden. Ich bin besser ohne Boden. Ich glaube, mit Boden ist überhaupt gar keine 90s. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, 90s ist sogar mit Boden. Ich glaube, da ist sogar mit Boden. Ich weiß auch nicht. Ich bin doch nicht der Beste von my free. Ich sag gerade seit 7.2. Also so spiele ich gerade Controller. Eigentlich bin ich, ähm, Keyboard Spieler. Bist du auf Keyboard besser? Ja. Soll ich zeigen, wie ich auf Keyboard baue? Jetzt halt ich mein Keyboard auf, oder? Ja. Warte, guck zu. Äh, ups, schau, das verbaut. Ja, ich hab ne Kante hier, also ein bisschen abgebaut, sodass wir ne Platz haben. Die Bombe ist auf jeden Fall besser. Also, ich bau noch viel, äh, besser eigentlich. Ich verkack nur, weil ich kann nicht bauen, wenn mir jemand zuguckt. Wie ist ein Aim? Okay. Nicht so gut. Wenn ich die Zeit zu dir rennen würde, würdest du mich... Vor allem mein, mein Blumenspiel auch nicht wirklich mit. Also wenn ich die Zeit wegrennen würde, schießt mich mal, schießt mich mal. Ich hab' meinen Blumenspiel, ich hab' so, weißt du. Ich hab' so, weißt du. Ich hab' so, weißt du. Also ich mag' das, wer gerne mit Slubs zu zocken. Ich bin einer der, der sich mal... ...mach zu heal. Hast du dir dieses Slub-Legends-Pack geholt? Was? Ja. Ja. Äh, hab ich das? Ich hab' nichts geholt. Ich hol' mir eigentlich jedes Pack. Ja. Halten wir, oder was machen wir jetzt? Also ja, wir können halten. Oh, mein Gugger, Junge, dein ehem ist viel besser, wenn Leute mit uns spielen. Wenn wir alleine sind, weißt du, ist dein ehem Kacke. Ich bin auch so irgendwie besser, wenn andere Leute dabei sind, ich weiß nicht wieso. Ja, also du Bruder, du bist halt, äh, zu zeigen, wie gut halt bist. Ich bin, ich bin schlechter, wenn andere Leute dabei sind. No, bauen kann ich aber besser, wenn keiner dabei ist. Ja, ich hab' eigentlich alles besser, wenn keiner dabei ist. Ja, ich glaub' sogar, ich bin besser mitbauen, wenn ich, wenn Leute bei mir sind, aber... beim AVEN so, mein AVEN ist halt schlechter und so. Ja, okay, das ist Joel da oben, das er kenne ich am Bauen. Was? Da oben ist Joel, ich erkenne es am Bauen. Weißt du da ein, du bist da ein, du bist da ein, der schon mal Ratten, wer spinnt? Den du grad runtergeschossen hast, das bin ich. Ach so, hast du schon mal Ratten, wer spinnt? Weil... Das ist, äh, so spiel ich auf Keyboard. Weißt du auch, weil, weil, die Pros immer gesagt haben, ohne runterschießen. Hä, wie dumm. Weißt du, hä? Weißt du, warum? Ach, feilen wir ja, ne? Warum? Ja. Die Pros immer, tun immer sagen, ohne runterschießen, weil die Angst haben, dass sie schlecht sind, wenn die mit 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 runterschießen die ganze Zeit. Bruh. Ich sag dir mal, mit runterschießen. Ja, Junge, das ist Fortnite, Junge, du wirst auch untergeschossen werden, wenn du halt, äh... Das ist so, ich sag auch immer, hä, was ist das, das ist doch kein Vorfeld ohne Baume da runterschießen. Es gibt doch voll viele Leute, die zu mir sagen, lass ohne Baume spielen. Ah, verdammter Kleider, ich hasse Kleider. Du. 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 Jetzt bin ich hier mal schon bei, ich hab ich hier nur ins Start-App geholt und dann ins Season 4, hab ich dann mir den ersten Battle Pass geholt. Und das Fuss ist ok. Ups, also eh, ich habe die ganze Zeit runter. Wirklich? '. IYS. Wirklich? Jetzt wissen alle, wer du willst. Ich weiß, nicht mehr fleece. Hä. Ich hab dich gar nicht mal gehört, irgendwas. Na dann. Ok, ey. Ok, sagt ich einfach Mal, ich bin der Name bei, yo. Mein Name ist Elias, hi. Okay, jetzt wissen es alle. Okay, ja, erst mal das Tiefbrüder, ja. Und bei ihm habe ich dann auch manchmal gezockt, aber sehr selten vorhat man jetzt, weil ich damals überhaupt gar nicht gecheckt habe, was das ist. Aber da habe ich sie schon einen angefangen. Ich wusste gar nicht mehr, wenn man sich duckt. Wie bei GTA, so, wenn man sich aus Versehen so in Schleichmodus geht und man keine Ahnung hat, wie man rauskommt. Das ist mir früher mal passiert. Weißt du, ich glaube, du kannst sogar dein Aim, dein Aim kannst du am besten in Spy-Modus verbessern. Aber es kann es wirklich um kreativ verbessern. Aber ich finde, den Proz kann man eigentlich alles verbessern. Hört mal mein Keyword aus. Ich habe gesagt, dein Aim ist am besten in Spy-Modus, sind in Operation-Modusen. Kannst halt verbessern dein Aim dort. Am besten, wenn du halt gute Gegner hast. Und ja, wenn du dein Aim brauchen musst. Ich finde, mein Aim ist eigentlich ganz okay. Warum will ich noch ein bisschen mehr trainieren? Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch. Also da hinten. Ist dein No-Skill auch einer aus dem Stream? Das bin ich. Nein, es gibt... Hier ist noch ein zweiter No-Skill. Ach so, der andere No-Skill, ja, der ist auch aus dem Stream. Kann er nicht reden? Äh, nur, der darf nicht. Und darf nicht mit auf Handy. Ich weiß nicht, dass wir die verboten. Wie kann man jemanden verbieten? Verboten, verbieten, was darüber zu reden, ne? Also echt jetzt? Welche Eltern tun das? Weiß ich nicht, von ihm. Wow! Wieso war echt so? Ey, der Arme, der darf nicht. Der ist nicht mal laut zu reden. Wahrscheinlich haben seine Eltern genug von ihm. Oh! Oh, okay, Alter. Er hat beste Aim. Oh mein Gott, er hat beste Aim. Er hat beste Aim. Mein Aim ist scheiße, weil ich mit andere Zocke. Ja, so spiele ich halt auf Keyboard. Auf Keyboard. Auf Keyboard. Burt. Tastatur, meinst du? Was mache ich? Nee, 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 nee. Ich weiß, das ist das Tastatur. Ich meine, das ist das Tastatur. Ist doch das Gleiche. Ja, ich sag, das ist das Tastatur. Oh nein. Ich dachte mir, ich hab nur so, hä, was? Ja, ich schlug auf Keyboard. Also, Keyboard ist das englische Wort für Tastatur. Ja. Ich dachte, das ist ein Keyboard und nicht Keyboard. Keyboard. Och, Jumel. Du hast dann wahrscheinlich auch, ähm, auf PC gezockt, oder? Also, in der Season 1, äh, 3. Nee, da hab ich ja auch nur auf PS4, aber mit Keyboard halt. Ist das nicht ein bisschen komisch? Äh, ja, es war komisch. Weil, Infoblätze, die ganze Zeit. Aber es ist jetzt zu Glück, hat man herausgefunden, dass es eine Einstellung wird. Kann ich jetzt noch. Ich bin ein, ich bin immer derjenige, der runterschießt, weil die anderen Leute sich darauf aufregen. Okay, ich bin immer wieder da, ich würde grad gerissen. Oha. Als ob ich das grad gehittet hab, ich der Sniper. Ich weiß nicht, ich verliere den Überblick. Nein. Ja, ich auch, ich hasse Bauch. Ich spiel halt, ich spiel halt, ich spiel halt ultra-stretched. Nee, tust du jetzt wirklich gerade das? Ja, also, ich hab nicht so viel stretch wie früher. Früher hab ich 700 x 1080, das spiel ich 1000 x 1080. Oh, der ist mir untergefallen. Nein. Ich bin so lost. Ich hab grad voll das Brain auf K. Oh, mein Brain ist ja auch immer auf K. Wenn mein Brain nicht checkt, dass es gerade jemand Ere genommen hat. Ich mag's einfach nicht so bauen. Also, ich mag's einfach nicht, Leute entkommen zu lassen, die, äh, gegen die ich einen Fight hatte. Also, komm wieder her. Bye. Ich such dich so lange, äh, ich jag dich so lange, ne? Bist du wieder da bist. Eier. Hä? Katar. Aber mein Sniper, ähm, immer wenn ich im Stream will, ist mein Sniper eben der größte Rotz. Ja, mein ganzer, ähm. Wo seid ihr? Und? Ich weiß, ich ist auch grad nicht in der linken Ecke. Hä? Hümer? Ja. Ich suche es mal, wenn ich sie überstelle, schenke ich sie nicht mehr aus. Stopp! Wer mich selbst treasury gemacht hat und ich wieder gehe, ist einfach mein Sniper. ich bin schon bei mir ich habe es nicht mehr zu wollen wenn sie sich machen so dass sie mit blauen Waffen er hat mich auch geobachten ist für mich so ein ich will sogar ich denke ich bin schon ein Gott was habe ich getan was habe ich getan was hab ich und mal ein was habe ich gemacht eigentlich spiel ich äh, Skytroop auch nicht. Aber ich wollte den zum Fun einfach mal spielen. Scheiß, ich hab meine Sensi viel zu hoch gemacht. Äh, äh, mhmmm, Blutarm? Hä, war soo? War die soo gut? Wenn die im Baumodus nicht so hart wäre, könnte ich schon mit in die Karte machen. Äh, weiß ich jetzt machen werde. Ich mach jetzt etwas, was wir früher ein paar Tage her gemacht haben. Was? Aha, ich mach jetzt etwas, was wir ein paar Fragen zur Verfügung haben. Wie alt seid ihr? Äh, ich bin 13. Joy. Ich glaub, du weißt jetzt, wer ich gerade bin. Ich glaub, du weißt jetzt, wer ich bin. Bruder, ich seh grad nichts. Ich war gerade in meinen Einstellungen. Kennst du? Ich? Ja. Ne, ich tu grad 90's machen. Äh, 90's ziehen. Aber... Wie ist das lustiger? Ach so, sag mir nicht, dass du die gebaut hast, wie wir letztes Mal. Doch. Doch. Oh nein. Oh nein. Aber komm, aber komm. Du spielst Pump MP. Ich hab, ich hab noch keine blaue Eier, ich hab die nicht gefunden. Du bist der Einzige, du so goldig. Ich hab noch kaum kein Deal. Joel siehst du's? Kann man die Map mal bitte neu starten? Ich hab kein Überbild mehr. Viel zu viel gebaut. Ah. Ah, jetzt versteh ich, wie man die Channels changed. Ah. Ich bin ein Backfisch. Du bist ein Backfisch, 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 Backfisch. Ich bin ein Live-Stream, hier. Ich hab ein Spotify gehört.